Der tausendalte chinesische Tradition traf auf karibisches Flair. Vor dem Sportstudio Activita fand am 3. Juni auf dem Datteln-Ham-Kanal das dritte Hammer-Draffen-Boot-Rennen statt. 42 Teams mit fast 900 Kanuten hatten sich für diesen Wettbewerb angemeldet. Eine besondere Attraktion in diesem Jahr war der neu angelegte Sandstrand der Enchilada Beach. Wir haben uns umgeschaut und Einbrücke dieses Events mit der Kamera festgehalten. Es waren schon einige Vorgänger hier, mit denen ich mich per Mikrofon unterhalten musste. Aber es gefällt mir gut, trotzdem nachdem. Ich habe das grüne T-Shirt ein, weil man das besser sieht als die roten. Ursprünglich haben wir den Film den Schuh des Money-To geguckt. Und da kam uns die Idee, die Crew des Money-To zu sein. Achso, sind Sie jetzt schon gefahren? Wir sind schon einmal gefahren um Ellen. Haben Sie gewonnen? Die Zeit ist nicht genommen worden. Jetzt müssen wir nochmal fahren. Aber das kommt nur, weil wir schneller als die Zeit waren. Wir arbeiten beim Bölje und deshalb sind wir eben auch hier. Und wir rudern auch mit, wie gesagt, ich nicht. Achso, sind Sie aber noch nicht gefahren? Nein. Ich werde auch nicht fahren. Haben Sie geübt zu Hause? Ich werde nicht fahren. Aber Ihr Team hat geübt? Nein, mein Team hat auch nicht geübt. Nein. Aber wir hoffen auf einen guten Platz. Laut Sternen gesehen, auch klar sind wir zufrieden. Die Technik klappt oder ist er noch verbesserungsbedürftig? Wir haben natürlich noch mächtig Potenzial. Wir haben gesagt, im ersten Rennen lassen wir mal ein bisschen langsam gehen. Und im zweiten zeigen wir es euch. Ja, ich muss mich total bremsen. Dann fahren wir nur immer im Kreis. Ich bin dichter. Ich bin nicht. Ich bin nicht möglich. Welchen Trommelrhythmus schlagen Sie an? Nach einer Melodie. Jo, wir schaffen das! Wie sieht es hier hinten aus? Alles gut. Wir können nie besser sein. Wir werden immer besser. Und wir gewinnen bestimmt. Und der Elefant am Kopf ist das Markenzeichen. Ja, wir sind so stark wie ein Elefant. Vielleicht auch so langsam. Welche Firma ist das? Das ist Stadt Hamm. Stadt Hamm? Die sind ja immer groß. Ich will Wasser-Ski fahren. Also strengt euch an. Come on, ladies, there's no doubt. Come on, ladies, there's no doubt. Come on, ladies, there's no doubt. Hallo, wie ist denn die Taktik? Wo vorne ist, sind wir. Welchen Rhythmus schlagen Sie vor? Tja, einen, den wir alle mitmachen am besten. Gleichmäßig und schön durchziehen. Bruder ist auch trainiert? Keinmal. Also wir haben keine Trainerstunden genommen. Wie gut sind Sie denn im Boot? Relativ schlecht. Relativ schlecht? Aber dabei sein ist alles. Ach so, ist das olympische Gedanke bei Ihnen? Auf jeden Fall. Wir haben uns gesteigert von Platz 19 auf Platz 15. Letztes Jahr, dieses Jahr. Also einstellig. Haben Sie irgendwie einen Schlachtruf? Ne, ich weiß nicht. Haben wir einen Schlachtruf? Haben wir einen Schlachtruf? Äh, dabei ist alles. Unser Schlachtruf heißt, Dragon's Pool! Wir kommen mit Baggins! 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 Da Ace! In der� Perus! Kone HOLT! Der Perus! Dacklin! Watten Sie! Daario! Eing. Vielen Dank.